Lautental im Harz. Hier kann man mal live Plattentektonik erleben. Faltung von Platten von Schiefer. Ist ja Wahnsinn, was für geologische Kräfte hier wirken, dass das hier alles in geschwungenen Gängen zusammengepresst wurde. Hier ist mal der Meeresgrund gewesen vor 300, 400 Millionen Jahren und hier steht daran Gehäuse von Radiolarien, winzige Millimetergroße Lebewesen, die sind zusammengepresst worden und daraus ist der Schiefer entstanden. Das ist ja interessant, da haben ja sehr viele Radiolarien ihr Lebensgeist ausblasen müssen. Lautental, hier ist nichts los. Ich wollte mal zur Stempelstelle hochgehen.